Die Politik, die macht mich wahnsinnig. Ey, das macht mich alles wahnsinnig. Politiker. Immer das Gleiche. Immer das Gleiche rumgebabbeln und rumgeheulet. Die sind so billig, Alter. Die sind so mies billig. Ich hab nicht, ich hab, ich will, ich kann nicht behaupten, dass ich einen Hass auf Politiker hab. Aber die sind so billig, da muss man drüber reden. Die meisten, die machen, die wollen das vertuschen. Erzähl das nicht, bitte erzähl das nicht rum, dass du mich bestochen hast. Das bleibt unter uns. Ich hab eh schlechtes Gewisse. Also so ein Scheißgelaber kann sich doch kein Schwanz anhören, ne? Und dann wollen sie dann so Kommunismus oder Sozialismus machen und all so Experimente sind alles korrupte Bitches. Und dann wundern sie sich, dass man über die ganze Heuchelei noch labert. So abgefuckte Fotzen, die gehören doch, weißt du hinne? Ich sag ja immer wieder, die Harze sind raffiniert. Die nehmen die Kohle an. Die sind raffiniert und die anderen lassen sich so ficken und dann verlieben die sich. Die sind so blöd. Dann verlieben die sich. Oh, das ist er. Das ist mein Traumstart. Die ist so geil und die ist so schee und das war so ne schöne Steuerrückzahlung. Oh, das war so ertragreich. Alles abgefuckte Fotzen. Hängen geblieben. Seid mir nicht böse. Und dann gehen sie fremd. Ich weiß es doch. Ich hab schon so viele Politiker lobbyiert, die ein Mandat hatten. Ich bin der letzte Mandatsficker. Minister gefickt. Die Ämter haben alle. Die sind so lächerlich. Die sind so bescheuert, die Politiker. Die ficken von einem zum anderen und da holen die sich die Schulden. Dann müsse mir aufasse. Mir müsse uns die Bitcoins holen. Ich schwörs euch. Tut mir einen Gefalle. Stacked Janet Custodial. Die sind die verhurten Politiker, Alter. Glaubts mir. Die nehmen doch jeden Koffer in die Hand. Jeden Koffer, den wir füllen, ja? Ich weiß nicht, ob ihr Netto-Steuerzahler seid. Ich mein, jeder hat mal Steuern bezahlt. Ich bin ja jetzt kein chronischer Steuerzahler. Ich hinterziehe richtig gerne. Hinterziehen. Das ist es. Schön die Kohle weghauen. Bäm. Bäm. Profite muss geben. Die Sets müssen stecken. Die Unzen müssen schön im Säckel klappern. Alter, schön klack, klack, klack. Rendite muss es geben. Das geil, die Fotzen auf. Wenn's da unten klatscht und die schönen Dividenden. Kachin, kachin. Da sag ich immer Offshore-Konto. Und dann krämen sie sich, weil sie da keinen Zugriff haben, die Politiker, Alter. Ohne Spaß, Alter. Da machen sie nachher noch rum. Oh, war mir das aber peinlich. Aber wenn sie dann schön lobbyiert werden, das ist ja nicht peinlich. Aber wenn sie dann schön in die Erde kriegen, so pft. Pft. Oh, oh. Oh, das ist denen aber peinlich. Aber in der Urlaubsliege wären die Leute verrecken. Das ist denen nicht peinlich. Schön abfeiern, die Fotzen. Nee, ach so schlecht geht's uns doch gar nicht. Ja, ja, das sind die abgefuckten Politiker. Und da wollen die mir... Ich soll asozial sein, weil ich das erzähl. Es ist doch die Wahrheit. Die rauben dich doch auch aus, wenn du im Ruhestand sind, die Huren. Die lassen dich bluten. Wie oft hab ich schon Rechnungen gekriegt, was ich nicht bestellt hat? Och, geh doch, wenn's dich stört. Das sind mir die Asoziale. Die sind die Asoziale. Die Lüge wie die Sau. Das kannst du keinem antun. Die Lüge ständig wie... Wir zahlen die auch noch. Ah ja, gut. Aber weil sie es wollen. Und dann gehst du auf dein Bankkonto. Da kommen dir die Träne hoch, Alter. Da kriegst du voll die Brechreiz. Alter Schwede. Die sind doch die verkackten Fotzen, Alter. Ohne Spaß. Wenn sie schön die Kohle in den Arsch gesteckt bekommen, das geilste doch erst noch mehr auf. Und dann zahlst du. Dann stößt du immer schön auf neue Probleme, weil sie nicht vorher schon denken waren. Und dann werden sie frech. Frech wie Hund, Alter. Ich lieg jetzt hier. Das sind normale Gedanken. Und jetzt sagt ihr, er ist wieder der Durchgepeitschte. Es ist aber die Wahrheit. Das sind Sachen aus dem Leben. Ich hab schon Werder gesehen. Die lassen sich so lang ficken. Die Sachen, die... Da unten bröckelt die Straße weg. Beeil dich doch mal. Sie sollten da ruhig bleiben bei so fast die Sprüchen. Die wollen doch beraubt werden. Und dann mopfst du und haust du richtig weg. Und dann jammern sie noch. Alter, das ist doch nicht normal. Ich reg mich grad nicht auf. Aber das ist nicht normal. Seid mir nicht böse. Schön die Helis starten. Die kommen schön ins Meer klatschen. Ihr wisst doch, was los ist, Alter. Da werden sie nass. Da werden sie schön nass. Und wenn sie dann klatscht. Einen schönen Spritzflatschflatschflatschflatsch. Da kommt der Endcap richtig raus. Da musst du richtig rauswerfen. Die dumme Sau. Da musst du raus. Da musst du raus. Bäm, bäm, bäm. Da muss Aufschläge geben. Die musst du schmeißen. Immer weiter und weiter. Die Kommisau. Und dann immer weiter. Dann tun sie desertieren die Fotzen. Oh. 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 So nen Endcap hatte ich doch nie. Oh. Oh. Geil. Das ist er. Das ist die Philosophie fürs Leben. Ja, ja. Die Sprüche kennen wir alle. Die kennen wir alle. Leck mich am Arsch die blöden Fotzen, Alter. Ohne Spaß. Immer das Gleiche. Die eine so. Und wie du es machst. Wie du es als Endcap machst, machst du es verkehrt. Schmeißt sie nicht raus. Wären sie Kommis. Kenn ich doch von vielen Demokraten. Die sagen. Ich mag den Markt. Aber der bringt keine Straße. Das andere alles ist okay. Aber zum Zahlen. Da holen sie sich dann einen schönen Endcap. Der schön was auf der Wallet hat. Der schön die Sets deckt. Und schön durchfinanziert. Schönes Programm zahlt. Der sich nicht schämt. Der alle Seiten finanziert. Und darauf stehen sie. Haben sie einen Start, der minimal ist. Sind sie natürlich nicht zufrieden. Da sagen sie immer. Oh. Machst du nicht das? Machst du nicht das? Kannst du nicht das mal tun? Egal wie du es machst. Egal wie du es machst. Machst du es verkehrt. Und deswegen werden in unserer Generation immer mehr Demokraten enttäuscht. Weil sie abgefuckte Sozialisten sind. Abgefuckte Billige können noch so eloquent sein. Gerade die, die hochgebildet sind. Das sind die, die dich so richtig durchficken. Weil sie nicht genug Steuern kriegen können, die ganzen Fotzen. Das ist es. Glaub mir das. Und von fetten Politikern brauchen wir gar nicht erst babbeln, Alter. Die kannst du eh in der Pfeife rauchen. Die fressen sich einen Frust an, weil sie keinen haben, der sie richtig durchfickt. Guck sie dir doch an. Alter, hör mir auf. Fang das Thema gar nicht an. Ohne Spaß. Ich rech mich schon wieder auf. Ich krieg ja hoher Blutdruck. Ich rech mich nicht auf. Bei solchen Politiker rech ich mich nicht auf. Lacht sie und verarscht sie und troll der eine und die andere. Wann ist mal einer bei dir, der richtig ist? Der einfach mal zurücktritt. Und das macht, was ein NCAP sagt. Weil wir haben den Plan. Die haben keinen Plan. Deswegen sind sie so unglücklich, die Politiker. Demokratie. Guck dir doch an, wo sie enden. Nur am Flende sind sie die Räuberbande, Alter. Hör mir auf. Geh mir ja heim mit den Fotzen, Alter. Ich weiß, was ich tue. Ich kaufe sie. Ich kaufe die Aktien, die Rendite bringe, die Dividende haben. Ich investiere, wie ich es brauche. Geile Titel. Da sind gute Firmen dabei. Ich habe schon Firmen gekauft, mein Lieber. Mehr gekauft, wie ich gepisst habe. Ich habe mehr gekauft, wie ich gepisst habe. Kleiner Scherz am Rande. Aber im Prinzip ist es so. Ich habe schon so gute Firmen gehabt. Es waren auch teilweise ein paar Defizitäre dabei. Aber wie gesagt. Die haben meist schön dicke Auszahlungen. Die halten das Maul. Sobald sie defizitär sind, halten die das Maul. Die sind froh, wenn man schön in sie investiert. So ist es, Alter. Genau so ist es. Nur so. Ohne Spaß. Ihr wisst, dass es so ist. Ihr gebt mir auch alle Recht. Weil ich sage es. Ich habe die Courage, das zu sagen. Weil die Politiker so abgefuckte, korrupte kleine Flitschen sind. Nicht alle. Es gibt auch Ausnahmen. Aber da dauert es nur ein bisschen länger. Da dauert es nur ein bisschen länger. Aber irgendwann lassen die sich doch auch korrumpieren. Die sind so blöd. Das ist immer das gleiche Programm. Die sagen dann. Das Geld nehme ich jetzt nicht an. Die Einladung nach Davos. Aber was ist. Dann hast du gewählt. Und dann gehen sie dir wieder am Arsch vorbei. Es ist immer so. Wenn sie gewählt sind, die Politiker. Alle Politiker sind gleich. Ob die Kommunalarbeit oder international. Ein Mensch braucht Freiheit. Der braucht Privateigentum. Der braucht mal Sturmgewehre. Mal Interkontinentalrakette. Der braucht definitiv einfach Freiheit, um sich zu entfalten. Und die Politiker kommen damit nicht klar. Weil sie nicht spuren. Und wenn sie es spuren. Wenn der NCAP sagt. Hier, schaff mal die Steuern ab. Löse mal die Stadt auf. Rasier dir doch mal schön dein Foot. Oder ich in so einen Scheißdreck. Was weiß ich. Die Zölle abschaffen. Nicht immer der gleiche Scheiß. Das gleiche Tempolimit. Muss ja ein bisschen flexibel sein. Mein der Headshop gange sich ein bisschen Zeug geholt. Was weiß ich. Nichts. Es kommt nichts rüber. Machen sie einen auf liberal. Geben sie dir. Dann sind die so schnell sozialistisch. Und ihr wisst, dass ich recht habe. Wenn sie ein bisschen flexibler wären. Und mal zum NCAP stehen würde. Und nicht immer reglementieren. Und subventionieren. Und der ganze Kindergram. Hör mir auf. Werden wir alle ausgenutzt. Von mir. Wenn so lange sich keiner korrekt verhält. Wenn sie von. Ich bin der liebste und beste Mensch. Aber sobald ich schmecke. Es geht um die Besteuerei. Da helikopter ich die alle weg. Die meisten wollen nur helikopter werden. Von einem richtigen NCAP. Wenn die dann sehen. Ah. Der Konava. Der hat ein gutes Portfolio. Der ist bei JBM ein Assi gewesen. Ah ja. Aber wenn du zum Podcast gehst. Ah. Der Konava. Den musste man nennen. Der redpillt dich richtig durch. Da sind sie natürlich am Start. Ob sie GZ zahlen oder nicht. Kommen sie heimlich vorbei. Haben sie schön was gesoffen. Den Mut auch gesoffen. Kommen sie bei uns. Lassen sie sich richtig redpillen. Bam. 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 Wie viel habe ich schon in Liberté gemacht? Wie viele? Wie viele? Ohne Spaß. Ich lüge nicht. Unbasiert weiß Bescheid. Ich habe schon einige aufgeweckt. Und die ganze Minarchiste, Alter. Natürlich keiner von meinen Freunden. Immerhin. Das ist oberstes Gesetz. Es wird nie das Eigentum von anderen geschädigt. Aber es ist kein Raub, wenn mehr Staatseigentum raubt. Von daher. Wir haben da ja keine Probleme. Ich würde sagen. Peace out. Bin raus. Bin raus. Bin läuft raus. eing tout. Was ist 1-2-1. Bis zum nächsten Mal.